Wir möchten als Union das Leben der Menschen Stück für Stück besser machen. Und da war diese Woche sehr, sehr erfolgreich. Wir haben Verbesserungen auf den Weg gebracht im Bereich Rente. Das betrifft ganz, ganz viele Mütter, die jetzt eine höhere Mütterrente kriegen. Das betrifft Erwerbsminderungsrenter. Wir haben Verbesserungen auf den Weg gebracht im Bereich Pflege. Nicht nur für die Pflegenden, die sehr belastet sind, sondern auch für diejenigen, die gepflegt werden. Wir haben die Familien entlastet. Wir haben Verfahrensbeschleunigungen im Verkehrsbereich hinbekommen. Das heißt, es war eine erfolgreiche Woche und wir wollen so weitermachen.